Die Story muss man ehrlich sagen, also in Last of Us war echt geil, ja. Auch wie das so erzählt wurde. Wo dann dieser Cut ist, ne, da an der einen Stelle, weiß ja, save. Und dann so, dann arbeitest du quasi nur auf diese Stelle hin. Ja, eine habe ich hier. Das ist halt echt schon. Auch die Rückblicke, muss ich sagen, fand ich immer sehr interessant. Ja, ja, fand ich auch echt gut, sehr gelungen da. Nach rechts. Hast du auch Totenstille? Ne, ja. Einer ist da hinten, da, ungefähr habe ich ihn gesehen. Das ist jetzt hier vor uns sein. Nate ist hier links. Shieldbreak da einer. Oh, hinter mich bin so schnell tot, Digga. Ich glaube, ich habe jetzt noch welche. Also die FHL, ich weiß nicht, was mit der Waffe ist. Ich habe leider wieder keine Killcam. Ich werde halt angeschossen, ich kann nicht mal reagieren, bin sofort wieder weg vom Fenster. Ah ja, FHL ist auch erst seit vier Wochen so OP. Das dauert immer ein bisschen bei Call of Duty. Da, wo der Killauftrag ist, da rennen kein Gegner hin. Guck mal, ich habe einen markiert. Ich habe das noch einer. Ja, ich habe halt nur Pistol, ne? Alter, der hat den Auftrag auf mich bekommen. Gut. Ich habe einen gedaunt. Wow. Andere ist hier vor mir, der letzte. Okay, ich kann es hier landen. Oh, da liegt noch C4. Hatten die schon eigene Waffen? Ja. Oh, vier Stück, weil vier steht für Lifestyle. Kommen die zu uns? Nee, nee. War anders, ey. Das ist gut so loaded. Ach, die sind schon da. Die sind ein bisschen weiter vorne. Die sind so da. Bisschen weg. Naja, sogar. Nein. Ein guter Trigger-Dinger mit der Fall. Der ist richtig knick hinter der Wand. Halt weiter. Also. Alles gut, dann haben wir schon cashed rein. Die rennen da über die Street, die Jungs. Einer steht da. Er ist da. Einer müsste eigentlich noch irgendwo vor dir da sein. Links. Ein Burger. Da ist ein Gegner, Chris, gewesen? Mhm. Nice. Ein Down. Nice. Nice. Guck mal hier auf dem Haken. Hier war ganz schön viel los, Alter. Hier nix mehr. Kauf eine Drohne. Die benutze direkt. Jetzt sehen wir was. Ah. Oben war was? Ein Dach bei dir? Nee, nee, nee. Der ist oben. Der ist so sauer. Ich liebe die MP5 für, wirklich muss man an der Stelle einfach sagen für das, wenn man sie halt richtig baut, für das OP Hipfire, Digga. Ich hab gerne einfach gerade, einfach aus der Hüfte wegge Bunny hoppt. Ja, ja. Geil. Der OP, die MP5 für mich schon mal eben eine, hier oben. Und die haben sie ja genervt, Digga. Die ist einfach, ja, immer noch absolut nie. Wof? Wof? Wo kann der hin? Wir nehmen uns gerade einfach ein Auto explodiert. Warum? Mach so mal. Für die Effekte. Weiß ich nicht. Ich hätte die man C4 oder so aus Versehen gezündet. Ist der bei mir? Ach, er läuft halt dir in die Arme. Ach, er läuft halt dir in die Arme. Ach, er ist noch einer, ja. Der hätte ja auch einfach, korrekterweise, mich von mir döden lassen. Ja, er dachte sich, eher nicht. Könnten wir rein. Lass den Kill-Auftakt da holen. Warte, 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 warte. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alter. Knapperhase. Krass. Hätte ich mir denken können, dass der da rum cringe, Digga. Ja, er hatte auch natürlich wieder Geist. Das ist das Duo-Starter-Pack gemacht. Immer direkt Geist-Klasse nehmen und dann... Ah. Wo wir eben. Sinds hier neben uns in Kohle drin. Ich hab die gehört. Der ist im Pool-Starter. Alter, einer ist einfach neben mir. Gott. Geist. Der ist hier noch über mir. Einer ist vor dir im Hangar-Bong. Kommt denn. Ah, man hat sich hier noch gut reingeschallert. War eigentlich ein gutes Slay, aber ich hätte nicht nochmal rauskommen dürfen für C4. Weil die Leute irgendwie meistens einfach pre-firen, Digga. Auch wenn du um die Ecke gehst. Irgendwie ganz komisch. Wenn es hier noch welche sind. Ja, oben auf der Feuerwache ist noch einer. Da gibt es so One-Shot. Oben auf. Pusche ihn mit Dead Silent. Ich weiß, was Alt-F4 ist. Ja, Limmel. Ich bin ehrlich. Als mir das erste Mal das in den Chat geschrieben wurde. Bei glaub ich einem LoL-Stream war das. Da hat es wirklich geklappt. Mit Alt-F4. Aber LoL fragt einen dann, ob man das Spiel wirklich beenden will. Weil quitten ist ja nicht erlaubt bei LoL. Was mehr verletzt ist auch passiert. Bin ich tatsächlich das erste Mal darauf reingefallen. War schon sehr lang hergeschleppt. Sehr lang. An. Bestimmt neue Plattenbox, Chat habe ich wieder. Ja, nicht gepeilt. Nicht dran gedacht. Gehen wir zum Kill-Off-Frag schon, oder? Ja, ja. Können wir mal. Er springt da hinten aufs Dach. Da. Oh, I couldn't like that. Hm, der Arme. Du kommst dir einfach kurz angecruised und gönst dir den Kill, hä? Ja. Haben wir auch gut Cash jetzt. Können eishoppen gehen, wenn du willst. Ja, ich hole die Plattenbox, glaube ich, noch an. Nee, scheiß drauf. Wir haben genug Geld. Ich habe eh, ich habe auch eine Plattenbox noch auf Tasche. Braucht ihr aber einfach welche. Ich pop jetzt ein Orvi, Bro. Früh aufstehen, gar kein Bock. Bruder, ich weiß auch nicht, welcher Mensch fürs Frühaufstehen geboren ist. Ich bestimmt nicht. Aber manche Leute können das. Flying Oval zum Beispiel, der steht immer übelst früh auf und geht trainieren, man. Absolut wahnsinnig, Bruder. Ein Flüchter in den Magen. Wir haben ja das Auto genommen. S-One-Shot, der Typ. Ich glaube, wie ist das denn? Oder doch den anderen, ne? Nein. Hast du den irgendwie mitgetötet, oder war der schon down? Nee, ich glaube, ich habe auch noch auf den Kauf geschossen. Ich weiß nicht, ob du den Kill bekommen hast. Nee. Habe ich gerade beide bekommen, Chat? Nee, oder? Glaub nicht. Vielleicht war der schon down. Ich weiß nur, dass jetzt hier gleich noch welche vor uns kommen, Digga. Von den Bergen. Sonst hier aufs blaue Haus, Carsten. Haben wir eine schöne Pose. Also ich habe früh aufstehen immer so gehasst, Chat. Deshalb bin ich froh, dass ich ja selbstständig bin, bis nachts streamen kann und dann auspennen kann. Aber das hasst doch jeder, oder? Also wie gesagt, die wenigsten Leute stehen doch gerne freiwillig früh auf. Ja, glaube ich auch. Aber ja, manche, manche, manche mögen es und sind dafür geboren. Ich liebe sie auch halt. Ah ja. Ich habe noch einen Airstrike auf die Tasche. Nein, rennt einer, Bro. Ja. Sechs nur einschlägt und neun Uhr wieder aufbricht. Das ist, das ist geil. Das ist sehr geil. Carsten schon mittendrin standen und dabei. Ich habe gepinkt, da sabbert der schon. Ja, ja. Ich sehe jetzt auch mal hier einen Kill. Ich habe gerade mal vier Kill. Alter, ist echt. I got you, Bro. Daniel hat Einsatzschild, ne? Ich will ihn überlegen. Ja, dann schnapp ihn dir. Ich denke ihn ab für dich. Ey, Bro. Alter, du bist jetzt tot einfach. Du stirbst jetzt. Oh, hat er echt einen Sticky gemacht, oder was? Ja, Bro. Ah, ich überlebe es. Ich weiß, es ist noch ein anderes Team, genau neben uns. Alter, das war schon wieder Close One. Ja, das war. Der hat mich gestickt, ne? Und dann stirbt er eigentlich komplett, aber ich konnte mich Selfry, weil... Das ist so okay. Ich habe den eigentlich gar nicht bekommen, der da vom Dach runtergesprungen ist. Och, maaaann. Wirklich wieder alles eingesackt, Chris. Ich will gar nicht gucken, wie viel Kill du hast, der Geist. Das ist manchmal einfach zum Kotzen. Da ist einer, Bro. Ich schnapp ihn dir. Komm. Da hinten ist er. Da. Hinter dem Stein. Ey, guck nicht mal zu uns. Töte ihn, Bro. Jetzt guckt er zu uns. Die Gegner sind teilweise so schnell tot, dass die nicht mal zurück schießen können. Ah, er hat ihren besten Headglitch. Überlebt. Töte ihn. Ja. Ich dachte, den Kill ist kein wenig. Damage. Einer ist da im Dings. Zug. Im Infragen? Ja. Ja. Amade ist hier rechts und FAL. Oh. Ich bin rechts post. Die legen sich hier unten ran. Mhm. Glauben sie, da sind alle, Diggas? Eben noch zwei andere. Eben noch zwei 2 AT. Sind die jetzt drinnen oder was? Kann gut sein, ja. Einer ist da. Wow. Der A-Strike hat nicht mehr. Ich habe ihn nicht mal angezeigt bekommen, oder, Chat? Der ist hier drinnen, Digger. Ich höre ihn immer noch. Warte, warte, warte. Das andere Team campt euch ab. Lass dich. Die gammeln da einfach drinnen, Jungs. Wirklich. Glück hat er an der Stelle auch gar nicht. Wie ich da wieder sterbe. Durch einen A-Strike, der nicht angezeigt wird. Das ist Phoenix 3. Good coffee. Strike inbound. Ja, moin. Chris wieder zu wenig rum. Man kennt ihn. Die könnten noch einen A-Strike haben, Chris. Von mir nämlich. Ich hoffe es nicht, Bro. LOL. Das war's schon. 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 Du hast halt wirklich die Jena einmal so schnell weggeschossen. Ich habe immer welche gesehen. Na, mein 2k damage schon. Ja. Was schon. Ja. 5 2k damage. Ich schätze normal so 8, 9, 10 Kills eigentlich sogar. Ich brauche nicht weiter. Ich brauche einsch Vielen Dank.